Hallo Leute, ja, wir sind hier in Eischengeln von Terraria, ja Leute, ich starte auch mit einem Terraria, let's play, so, starten wir erstmal einen Charakter, so, sie starten dadurch, dass wir kein Box und Medium, ich mach erstmal einen Charakter, so, grüne Haare, richtig krass, dunkel, richtig, richtig krass, die krassesten, gewaltigen Augen, oh shit, so sind wir heute, ja, 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 so sieht doch gut aus, alter, sind wir nicht hübsch, ich wollte gerade nennen, wir nennen einfach L.P. mach eine neue Welt in groß, mach aber in normal, L.P. Welt. der L.P. statt nicht in der L.P., das ist das, Terraria, skiller, bin also nicht der Beste im Spiel, habe ich mir nebenbei aus dem Wiki aufgemacht, genau, ich hab das Spiel schon einige Male gespielt, auch Kumpel auf der Xbox war sehr, sehr weit, aber ich bin jetzt nicht der krasses Skiller im Spiel. ja, 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 ja. ja, 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 ja. weiter ist die überwürgen auch noch eine zweite machte und dann mit dem kumpel spiele alles dazu wird der zweite immer noch mehr fernseu genaust die Welt regeneriert und let's go sind wir nicht hübsch ich spiele das ganze Fenstermodus damit ich auch die Kampagne und die Reckenschläge da ist ich bin der Kumpel Kisten und so weiter da hat er der Reiner nachher er hat Blut und das war ganz gut das hat sich hier Nachtleichtstrahl und Strahlung Schuhe Kenz da noch mehr ja Schuhe Kenz das jetzt ein ich kenne ein die Bogen auch noch nicht so hundertprozentig gut Sprechen mit Eichmann was das damit als eben was weil die Schlauheit war recht gut wie gern gerne in die Kommentare schreiben mit Tipps in die Kommentare auch schon genau Tipps in die Kommentare das ist richtig gut mal Holzabbau in der ersten Nachtleicht versuche ich immer die Erde zu muddeln damit ich überlebe ich brauche aber meine Siege Player Welt habe ich so eine Spike-Teilkarte, er war zu hochklettern sonst brauch ich auch hier Logan und er hat jetzt auch das Projekt begleiten der beste Freund er hat gegen MPC aber wir haben hier sehr viel Sonnenblumen ein goldes Eichhansch ne ein goldes Eichhansch gibt es hier was? schade schade es sein kann, dass es Geld gibt ist doch nirgwas keine Ahnung, es wird kleiner das ist doch irgendwas, das seh ich doch blitz an da ach also haben die hier schon einmal Timber Eisenberg da muss ich ganz nichts nachkommen Leute, da würde ich schlau werden äh oh man Tim ach das kommt Deutsch SintR So, Zinnerz, so. Ja, was ist der Ersatz für Zinnerz? Da, Mann. Ah, das ist, ich will zum Kupferherz. Also, wir haben das Ersatz zum Kupferherz gefunden, oder? Geist. So, krieg ich krasses Till aufgebaut. Oh, hier sind die Schleimer. War nicht gut, kann ich kämpfen, ne? Ich bin Teil der Kampf, nur mit Terraria. Trinkt mir doch sehr lustig, wenn ich die ersten Besse besiege. Schon als bevor ich den Boss besiege, mach spät in Truhe, wo mein Geld drin ist. Das läch' ich schon voll rein. Ich such mir grad einen Rundschaden, wo ich bleib. Wett hin. Ich brauch denn. Zuerst... Äh. Ich guck mich schon ganz grün durch die Luft zu unterrassen. Ich weiß nicht, warum ich unsere Helden welches erfahre. Wappah! Ich weiß nicht, wie ich das geht. Alter! Scheiß Wichs Slimes! Schö客 euch alle! Alter! Ich schaust euch alle! Alter, sterb hier brauch ich gleich! was gibt es gibt einen Button heißt, es gibt einen Knopf H, ja, dann versuchst du einen Knopf H, das ist H, und damit kannst du so schnell klopfen, das ist für Heilung. Das heißt, das wusste ich noch nicht, falls du brauchst, die Heilung nicht geleistet zu haben, um dich zu heilen. Ich mach das mal 4, oder? So, es leuchtet sich, beste Funktion, ich hab nur den Hirn, um ihn durchzugucken. Okay, guys, wir haben hier eine Wüste. Ich hab auch R, 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 zu klettern, also, alles safe, alles safe. So. So. Guck hier, bam, easy. Vereine das Spiel mit der Füllwurps. Sei was? Krass. So, jetzt wieder hoch. So. So. Alle Robes wieder mitnehmen, damit wir aus die Seide klopfen können, damit es nicht so viel Platz im Invent verbraucht. So. Hier sieht dich mit Dreck, Dreck, Drecker. So. Sag mal direkt um den in das Gebirge gebastelt. ich suche gerade ein Item, das ich für mein Teil brauche und ich benutze jetzt jede beider Warcruise benutzt und ja, werde es auch hier wieder brauchen ich werde hier was durchlaufen, also für Räden, wo die Besten geworden sind ich hasse diese Besten, die sind total eklig hab ich nur die ganzen Kakteen mit weil die Kakteen kann aber nicht krasse Sachen machen Lauf! Jemand geben es auf mich zu verfolgen Nein, ich sterbe! Nein, meine Sachen! Meine! Meine Sachen! Fuck! Geis! Stelle! Weiß ich guck ganz kurz wie lang die Aufnahme schon geht Ok Die Hälfte aufhören muss ich schon vorbeigern war die erste Mal ja was streichen war streichen eigentlich 20 weil ist der erste Fall der die Sport, 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 Target, so gesagt Ach, ich erinnere mich nicht, die braucht man dann die war sehr sehr wichtig Wie gesagt, ich bin nicht dumm, aber ich bin nicht extrem schlau ich weiß, dass man die Tagesblumen gebraucht hat, dass die Korruption nicht alles verlässt weil die Korruption kann nicht dorthin, wo Tagesblumen sind Steht ihr? Wissen mit Timo Korruption kann nicht dorthin gehen, wo Tagesblumen sind in Terraria in Terraria Ich brauch ne Halsschwert sag ich ich kann mich gar nicht verkraften, weil ich mein Ambas Gott, dass ich wieder runterkomme Gott, scheiße ich hab nicht dran gedacht Fuck Das ist nicht so stark wenn man so einen pinken Schleim sieht, weiß ich nicht was der Kraft hat oder weil es auch viel Geld gegeben wird ich hab irgendwie 10 Gold und ich fiel sich auf das vieles an und meine zu finden es war es ziel das ist der Adler wie da Alter, dieser Schleime Alter, dieser Schleime Alter, dieser Schleime Alter Alter Ig'n Alter fach was ist das Anya die Leute und Prozent die Akku Scheißdraus kann alles in der Masse mit wir werden selbst auch das ist der anfang wenn ich vorgelehrt ich bin nicht gestorben in dieser Welt eine halbe gelaufen recht sehr stark nachweichen blauweben sehr schöner blau man sich an höchstens blauer die bestehen sich bei schlägen die Blut kein Blut schlag ich bin okay es macht man mit Warnwitz vor sauber kann 3 er macht sich die kurze Geräusche so gut okay als ich es war ich hab verkehrt er gehabt und ja es ist einfach neu gemacht weil medius bin doch etwas zu schweigen ich kann dieses Spiel nicht gut es tut mir leid ich weiß ein paar Sachen wie das für die Tagesruhe als ich euch erklärt hab das ist aber auch das einzigste Wiss nicht verarbeitet habe das heißt nur wie man der Xbox mit meinem Kumpel ja ich bin verrichtet auf Xbox auf der Xbox zu spielen ist das alte Update da hatten wir alles mögliche war richtig gut ausgerüstet was? wie geht's da runter? Alter ich dachte ich muss jetzt schon wieder sterben ich hab gut alles gehabt woops ist es nützlich ok jetzt nix nur robes ok wir haben zu Hause robes oh wir haben Schurikert cool Alter es ist dunkel oh im Netzwerkert gar nix kann ich immer dir Video General Video äh äh Leute ich weiß nicht wo ich der äh 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 k ich bin nicht nicht zählen k das wach etwas krank oh ja mein cooler ansteckte denn er habe mich krank letzte Woche und ich weiß noch etwas krank 3 wieder besser so easy Alter, hab ich immer wieder auf die Haarisch also, kann ich sagen, kann ich sagen gezockt halt lange und dann halt immer reingehen, so gucken ja, Wochenende hab ich vier Teare gespielt ich hab nicht viel geschafft ich hab's geschafft und leuchtet ich hab ne Sternschnuppe in meiner Hand ich hab ne Sternschnuppe ich hab ne motherfucking Sternschnuppe was sollt ihr ewig tun? keiner hat das hier Alter, man sieht auf der Weg gar nicht ja, okay, Leute es tut mir leid, dass ihr nix seht aber ich kann dagegen nix machen auch seine Fackeln holen hofft, dass dort ne Fackeln nix holen ist wieso fände ich keine Fackeln oder sowas? jetzt nicht, da war gar nix mehr okay nein nein ich komm nicht mehr raus, oder? fuck nein, ich sterbe ich bin gest... nein, ich bin gestorben ich bin jetzt aber recht gelaufen, ne? fuck egal Geist ich baue jetzt einfach ansporn mir in Haus das ist gut das ist gut das kann ich mir jetzt nicht, zack das ist ich hab ne Malerkristall das ist was bedeutet genau, es hat mehr Maler äh, maler heißt, wenn ich Zauberstoff oder irgend sowas dann kann ich jetzt etwas benutzen dann kann ich vier Leben haben und Lebenskristall und maler soll ich mal seit früher und zehn Christen zehn Sterne gebraucht für maler, das heißt, braucht nur noch drei appar also ich bin jetzt nicht an vier er die 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 ich bin das ich bin Ah, das erste Haus wird gebaut, es ist echt nicht spannend zu sehen, gerade bei Nacht, also ich baue mein Haus bei Nacht, habe ich echt keine Fackeln? Ne, habe ich echt, ich, kann die, ah cool, so zieht ihr das Haus, so hattest du das Haus, also ich hätte schon mal hingeworfen, als wir Licht haben, ne, in kurzem Schock, ja, dann habe ich hier hingezogen, damit wir einfach safe sind, dieses Schwert, was ich habe, ist scheiße, die Spitz hat ja, der größte ist mir recht egal, ne, ich brauche mehr, schade, viel gerückt, ich glaube, okay, gut zu wissen, oh mein Gott, dieses Spray wird was wert, haha, ich habe gesagt, heute 30 Minuten nicht zählen, ne, freu dich auf 10x10 Minuten und Nacht, ich habe keine Ahnung, oh, die Nacht wird noch mal zu Ende sein, ich sage einfach mal, oh mein Gott, ist das dunkel, so, nochmal neu hinwirfen, mit, die Sport-Singles wieder gesettet wurde, das ist auch so lange mal wieder eine neue Folge, ich spreche das jetzt an mit der Folge, also, das ist seit langem mehr keine Kamera, denn, letzte Woche, die ganze Woche, die ganze Woche, die ganze Woche war mein Bruder krank, und das hatte den, ja, der Let's Play PC steht jetzt da, im Raum mein Bruder, der ja die ganze Zeit drin liegt, und, mehr, dann kann ich aber nicht aufnehmen, das geht aber nicht, ja, und deswegen kam letzte Woche nichts, aber, jetzt habe ich ja Terraria gestartet, W.O.B. ist für die nächste Zeit erst einmal power-siert, ich mache dafür, was ich Lust habe, scheiß drauf, auch für die Terraria sehen möchte, eh, B.O.B. sehen wollt, ok, bei mir wird es etwas heller, bei euch vielleicht nicht, ja, oh Gott, wenn ich mich freue über dich, Licht hab, ich craft mich für eine Werkbank, zack, so, oh, rutsch für eine Tür, ja, man baut dieses Spiel das heute, mit der, Spitzakt hat, oh, wow, das ist ein Bild, das ist ein Fäch, was ich gemacht habe, am Geiz auch Waffel, ne, also hier, der Geiz dahinter, ne, das steht auch inzwischen Logan da, ne, der Bogen, ne, andere Keiz am Ende laufen, und ich glaube, die Helfner ist sogar etwas bei Boss, weil ich viel über die Helfner ist, ne, das Geräusch, was ihr gerade hört, und die Traumessie gegen die Türbox nach, Logan schickt sich deshalb ab, das ist da wahrscheinlich gut bei Bezielen, also trifft nicht, Logan, das ist, das trifft eh nicht, 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 ja, das trifft eh nicht, ob das trifft eh nicht, du weißt, weg, du wirst, auf jeden Fall, sie geht weg, so, ne Alter, direkt an die direkt an die Sache machen mach holst du das Haus dann wenn das Haus fertig ist mach ich mich direkt an die Sache wie denn ich brauch Sachen ich brauch neue Werkzeuge diese Werkzeuge sind scheiße die Linkerischung ist böse das wüsste da will ich nicht hin so wie gesagt das Hausdruck ist so provisorisch für die Nacht doch noch dort herrlich nicht ich gebe mir die Nerven Holz 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 ich brauch hinten einen Holzwagen und ich sag das kleinste Hasen die leichte Hasen ist in mein Haus reingeflogen nee das kostet ja noch kalt schade kein Aufzauberer und das die pass die tollste Messung zu verbrauchten wird es nicht mehr den Stuhl und den Tisch als Sache fest damit es das Haus gilt verkauft dein Guide kannst du anfangen? ja noch nicht noch nicht aber es wird schon sehen geht noch kommen ne das Baustiel ist noch so ich weiß nicht das Hausdruck mache ich auch keine Angst mache ich und was wir erklären müssen dann sind die Bäume richtig gelachsen das B ist nicht mehr nicht mehr schade andere Seite So. Freilichstatt war ich mich über konzentriert, ab Bäume zu setzen, ne? Weiß schon, wo was hab's. Immer die größten, die großen Bäume fällen, die ja meistens in Holz. Hoppa! Aber... Ich glaube, ich gehe nicht aus. Ey, ich wollte mal zuerst die Bombschleim. Der ist aufs GmbH! Das war das Problem, ich gehe nicht aus. Ich geh nicht aus. es gibt zwei Gäber Leute, wir haben sechs Fackeln nicht, dass es heißt wir haben FACCELN die können uns aushängen wir sehen nachts etwas wir können jetzt zurückverwarten hier Köln 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 So, jetzt fällt die schon mal auf. So, guck. Easy. Die gibt keine Rüstung. Anderes Holz, da gibt es Rüstung. Das hat mir keine Rüstung gemacht, weil es unnötig ist. Fuck. Ach, gut. So. Das brauch ich nicht. Okay, Leute. Ich gebe mir wieder nach rechts. Einfach nach rechts. Es hält sich mehr. Geil, du könntest eigentlich schon da einziehen, oder? Wenn ich mir jetzt sicher bin. Was ist das? Guck hier. Und das nur? Ja, ich weiß. Was ist das? Das ist doch nicht von da. Wenn du heute nicht willst, glaube ich. Was ist das so? Was ist das? Und das ist das gut? Und das ist das möglich. Ich... Mädels, dann sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder auf Terraria. Ciao.